Und ich meine, was hier erwähnt wird, ist ziemlich krass. Aber glaubst du nicht, dass es sowas gibt? Was wir hier gelesen haben in Sprichkapitel 30, in Vers 11, es gibt ein Geschlecht, das seinen Vater verflucht und seinen Mutter nicht segnet. Ich meine, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wenn es das damals gab, wie viel mehr gibt es das heutzutage? Wie viel mehr wird es das heutzutage geben, wo wir dem Ende natürlich Tag für Tag einen kleinen Schritt näher kommen? Und es wird nicht alles unbedingt besser. Wie viel mehr gibt es heutzutage ein Geschlecht, das seinen Vater verflucht und seine Mutter nicht segnet? Und verfluchen bedeutet übrigens, jemandem den Tod zu wünschen. Und vielleicht denkst du dir, wie könnte man sowas machen? Und ja, das ist schockierend. Wie könnte man sowas machen? Aber glaubst du nicht, dass es sowas gibt? Nun, was wäre die Strafe laut der Bibel dafür? Ich meine, Gott hat geboten und gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Du denkst jetzt vielleicht, ja, aber Anselm, das ist altes Testament. Ja, wir sind jetzt unter der Gnade und Jesus hat das aufgehoben. Das ist doch altes Testament. Aber was wäre, wenn ich dir sage, dass es ein Zitat von Jesus ist aus dem Neuen Testament? Wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Das ist, was Jesus gesagt hat. What would Jesus do? Was würde Jesus machen? Weißt du, verabschiede dich von deinem falschen What would Jesus do Armband, Jesus. Und glaube an den Jesus Christus der Bibel, der sagt, wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Das ist, was Jesus Christus sagt. Du solltest des Todes sterben, wenn du deinen Eltern fluchst. Schlimm genug, wenn du deinen Eltern nicht gehörst. Noch schlimmer, wenn du sie sogar verfluchst. Und wie gesagt, glaubst du nicht, dass es sowas gibt heutzutage? Und wie gesagt, glaubst du nicht, dass es sowas gibt.